Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Tour im ETS Mal wieder unter VR. Heute haben wir mal die ProMods 2.5.6 aktiviert. Speichern, dann wollen wir mal gucken, ob das alles so hinhaut und so, wie es aussieht. So, ok, mal reinschauen. Ich hoffe jetzt dauert sich so lange, sonst muss ich das noch rausschneiden. Aber, hm, bitte warten. Kartenweich nie dauert und ich habe es rausgeschnitten. Und wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt wieder eine ganze Menge Graues dazugekommen. Schönes Netzwerk von meiner Karte. Und, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt als nächstes machen. Wir sind in Köln. Robbenbagger. 493 Kilometer. Das sind, ja, ok. 7 Stunden, ja, das passt schon. So, gut, alles klar. Ähm, wie gesagt, heute ist das 2. August. Und, ja, ich nehme das Video für später auf. Naja, wo wir mal ausführen, wo wir mal starten. Robbenzweifeln 6. Ja, ich glaube nicht. Das kann wir gleich vornehmen. So. Da fahren wir ja. Da fahren wir ja. Fertig zum Losfahren. Ist immer noch schön, um zu sehen. So, jetzt muss ich aber... Wir wollen das, wir wollen das. Nicht zu weit. Wir wollen aber auch nicht zu weit hin. Ähm. Jetzt... Noch ein Stückchen zurückrutschen. So zentrieren. Ja, so ist es. Angenehm. Würde ich sagen. Uchi, alles klar. Mein Drogenlogo, mein... Ach, der kann man was aufhören. Ups. Wir wollen Scheiße. So, ich hab vergessen, dass wir rollen. Gang reinmachen, so. Okay, Sprit, was hat der Sprit? 87% ja, reicht. Ach, das, schön. Und Zeit, 3.54 Uhr, gut, kann man mal lassen. Ach so, das Licht muss man anmachen, Mensch. Scheiße, jetzt weiß ich, weil ich jetzt noch ein Licht anmachen soll. Jetzt sehen wir das. Gut, wie gesagt, wir haben auch eine ganz schöne Schrecklinge da. Das ist, glaube ich, ganz gut. Nur ein bisschen bald zeitenlos fahren. So, na gut. Dann wollen wir mal schauen. Bege nach rechts ab. Mensch, das... ...schlackert hinten schon extrem. Sorry, da muss ich jetzt noch mal... ...eine Grafikeinstellung gucken. Ähm, Moment. Ähm, Moment. Ähm, Grafikeinstellung, ob das... ...N25, ja. Doch, das... ...müsste eigentlich so okay sein. Ja. 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 Ja, komm. Komm schon. Müsste eigentlich so gehen. Gut, alles klar. Also, lass uns doch so. Müssten wir da mal weitermachen. Ja, komm schon. Müsste eigentlich so gehen. Gut, alles klar. Ja. Von Köln nach Hamburg. Äh? Wie? Wie jetzt? Ob wir das jetzt abholen? Nee. Ja, ja. Wie geht's? Okay. Rechts halten. Und dann rechts ab. Schauen wir mal. Wieder. Wieder. Wie geht's? Links halten. Und dann links abbiegen. Links halten. Und dann links abbiegen. Das war bloß irgendwie. Bis dann am Anfang. Wie geht's links ab? Ja, ich bin jetzt schon lange nicht mehr EDS gefahren. Vielleicht hat's doch ein Update oder so. Vielleicht hat sich das noch ein bisschen setzt. Demnächst links abbiegen. Wie geht nach links ab? Dann wollen wir mal gucken. Ah, sieht das schön aus. Mit dem Blau. Wahnsinn. Oh, da steht doch mein Rauper. Hm. No, also. Was ging? So. Überbreiter. Ja, mein Gott. Lass uns loslegen. In einer Minute. Aber trotzdem mal kurz noch raus. Und machen wir noch die Warn. Machen wir noch kurz den Lichtcheck. Weil wir auch die Dings immer prüfen müssen. Drunnen leuchten. Also rechts blink. Links blink. Jo. Offenlicht. Und auch hin. Und die Rundum leuchten. So wie hinten vorne. Alles hier. Da einfach. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Schön, dass da alles blinkert und leuchtet. Schön. Mal wieder eine schöne Runde mit dem ETS drehen. Habe ich nur noch so ewig nicht mehr gemacht. Habe ich nur so ewig nicht mehr gemacht. Mein schön, dass. Mann. Wohl. So. 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 Wie geht nach rechts ab? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wie geht das? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Links halten, naja. Biege nach links ab. Supi. Hm, das war schön. Ja, jetzt ist er rot. Judy, na dann, warum machen wir aufs ne schöne Front? 2 Uhr? 4 Uhr 13. Ja. 7 Stunden. weniger. 4 Uhr. 5 Uhr. Es ist fertig. Vor vier Jahren. 4 Uhr. 4 Uhr. Was ist das hier? Was ist das hier? Wunderkönig? Wunsch? Pabner Das ist das? Köln macht's gut, Kölner. Ah ja. Köln macht's gut, Kölner. 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 Bitte links halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Mit dem Erlcamps da ist das doch schon geil, irgendwie. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das ist ziemlich, danke. Wir gehen nach rechts ab. Ach, nach rechts. Ui, ui, ui. Ui, 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 jetzt haben wir ein Ding gedreht. Nach rechts. Man sollte vielleicht so einen Tumor aufs Navi gucken. Nein. Nimm die Ausfahrt rechts. So. So. Vielen Dank. 60 Kilometer mehr. Bitte links halten. 50 Kilometer mehr. 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 Ich spusche, naaa Läge, das ist noch von dem Touch Vielen Dank. 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 80% Sprit Tank. Tangenalt. ... 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